Ich verstehe gerade nicht sehr viel. User in your channel, nine left, clear. User in your channel, clear. User in your channel. Ich verstehe es mir ganz ganz leise, hier hinten. Fester? Äh, fester. Ja. Haha. 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 Alter. Alter. Nee. Fester, das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Ein Wort zu mir, ein Wort zu mir. Hey, Rechnung. Oh, lauert von Christen, das ist die Rechnung. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Das hat mir gefallen. Ja, ist... Was denn? Jetzt das oben oder das hier mit dem uns gerne? Hier. Ich möchte Geld ausgeben. Was ist mit dir? Ja, ist das... Äh... Hey, hier. Du solltest das Spiel hast. Ich hab zu wenig. Ich wohl verarzt und Rechnung bezahlen. Ich glaub, das ist kein Grund, wie wir dich sind. Nicht schlecht. Ja, aber... Ja, aber... Wir haben jetzt schon eine Rechnung gestellt. Das ist in dem Rand, das war eigentlich ein Absatz. Wir müssen die Herren da drüben fragen. Ich, äh... Aber jetzt, wo es gerade leiser ist, äh... Ich bin fester als Praktik. Wir haben ja mein... Allgemein wird seinen Schaden besser. Soll ich raus? Das kann ich bestätigen, oder? Ich hab meinen Anus zugenäht und mir eine Blutinfusion gegeben. Ja, dann, äh... Erkundigen Sie sich mal da drüben bei dem Bindling hoch. Hallo! 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 Seid ihr lachen? Nein, das war der Kollege... Mario! Ja? Ja? Ein Tieranwesen. Und dann, wenn die Schaden auf die Straßen... Das ist ein Stolz, das ist reich. Raktikante. Eh? Wie? Ist das wirklich aus dem Landenheim mittlerweile? Ja, jetzt reicht's doch wirklich, Maji, wir sind hier kein... kein Aufenthaltsort. Nein, Exitut. Es ist keine Suppenküche. Und nur noch den Tod feststellen. Wie ist das so? Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte präsentieren! Danny Crane! Todeszeitpunkt 3.10 Uhr, festgestellt durch Doktor Wick. Oder so. User, lift your channel. User, lift your channel. Is it dead? Weißt du was? Weißt du was? Was denn? Was denn? Mario. Hier. Osche, wir sind uns getrunken. Warum hast du bis hierher gefolgt? Ja. Wir sind immer bis auf einen halben Meter neben uns ran gefahren. Ich bin dann erstmal schön durch die Bäume da vorne, die haben den Baum mitgenommen. Dann hat hier der Schemanskrieg gesagt, das soll zur LAC-Brücke rasen. Das Auto, ich fahre wirklich mit RTW aufs Auto drauf, oben, drüber, flieg weg und fahre weiter. Wow. Das sagt jetzt, glaubt mir keiner. Wow. Hast du das auf Video? Nein. Wow. Wow. Wow, Rady, wow. weiß ja nicht.